Du hast ja gesagt, du kannst die Helden mit der Taste auswählen, was sind denn die? Was? Nein, nein, mit der Taste hat er die Icon selber... Ja, ich hab das Icon gemeint. Ich finde, ich muss jetzt auf das Platz an meinem Inventar. Achso, ja gut. Ja, ja, ja. Kannst du nur das, da gibt's was? Das wär nice, wenn es eine Tastenkombination für die einzelnen Helden geben würde. Pina! Komm mal hier hin! Wo bist du denn? Hast du schon 10 Kalbos gerauft? Nee. Hi. Hallo. Hi. Wieso nicht? Was ist los mit dir? Sorry. Du hast glitzerndes Haar. Ja. Rapunzel! Rapunzel! Oh, ich wollte nach Wittenberg fahren und zufällig die Leute töten mit mir. Ah, okay. Das klingt okay. Dankeschön. Also Craft, ich empfehle dir mit Ärzten anzufangen. Wir haben einen Road Talk. Wir haben nur zwei. Richtig. Und einen Soldier. Der wäre sehr frivol. Nice. Und ich glaube eine Widow ist da auch rumgehüpft. Was sind deine Eltern nochmal? Ärzte? Nicht Ärzte. Da oben steht irgendwas auf dem Dach. Ex-Ärzte. Genau. Exakt. Alter, ja, sein Bauch leuchtet. Alter. Vielleicht ist sie in der Junk-Red-Trap. Oh shit, ja. Tschüss. Wo ist die Widow? Eben auf der Statue. Ich glaube es runtergefallen, nachdem sie mich gekriegt hat. Ich glaube es runtergefallen, nachdem sie mich gekriegt hat. Wow. Wie wäre ich hier gerade? Äh. Für hier nur noch ein paar Heiler. Ja. Der Hengs. Wieso? Wir haben einen Crafter halt. Jugo. Wenn ich nicht gerade wieder komplett zerfickt werde. Ja. Verständlich. Da ist schon wieder der Statue gewesen. Ich support an sich gerne, aber nur wenn ich länger als 5 Sekunden lebe nach dem Spawnen. Ah. Nice Dash. Hat keiner gesehen. Die Widow steht hinter der Säule. Warte mal. Ah. Oh shit. Sehr ungünstig. Was denn? Wo steht die Widow? Eben war sie hinter der Säule direkt. Äh. Da ist sie so auf dem Point so ungefähr. Genau manch. Ich weiß auch warum. Äh. Der schreibt einfach geil. Ich hab 7 und 7 Müssiglead rein. Äh. Müssiglead rein. Tot. Nein. Und selbst 853. Der lässt sich einfach boosten. Alter. Ich hab die Widow getötet. Und dann in der Sekunde ist mein Portion. Ja. 853. Ist das in eine Symmetra oder warum sind die auf einmal direkt wieder da? 853. Ich hab noch nichts gesehen was auf eine Symmetra bedeutet. Aber die haben halt einen Lucio. Das heißt der Poopoost. Gut dann ist Porn wohl buggy. Ja. Oh ey. Come on. Dieser Hundesohn man. Natürlich gut das wenn er sich boosten lässt. Ja. Ja. Aber ich glaub. Ich hab jetzt seine Elty. Ich hab jetzt noch nicht geguckt auf seinem Account. Lol. Der Lucio ist einfach auf jeden Fall nix los. Aber ich kann mir vorstellen dass das wirklich wahr ist. Warum suchen wir zu ihm jetzt nicht mehr? Was? Los geht rein geht rein. Die sind allein gefroren. Was? Ah Bullas ist nicht da. Rip Bullas. Der Genji springt hier rum. Ja dann schreib dem kurz so dass er nicht kicken soll. Bullas ist gleich wieder da. Schreibst ihn. Oh shit. Chips. Wo äh so hier ist er das einfach nicht die. Grabte er mich durch zwei Leute. Du ich sein ernst. Boah ich bin immer Relay los du. Durch Mei und D.Va durch. Ich hab den Junkwitter mal. Nice man. Das war knappe als ich hätte sein dürfen. Das war knappe. Oh und cooles. Ach komm ich lebe doch gerade auch. Mann. Danke schön. Das gibt's doch nicht. 20 Leute da. Ne sie kriegen nur Mercy und verrecken dann. Ich hab mich eingefroren. Aber das ist immer Rinn. Immer doof. Vorsicht die Höhe durchsteht da Morell. Am Ende hat das gar nicht. Die strift euch eh nicht. Aber wenn ich das jetzt gewinnt. Das ist 3, 2, 1. Back. Muss backen. Woher ist jetzt seine Pizza oder was? Ja anscheinend. Und wenn er sie aber isst. Dann wir rip. Boah wenn wo der Pizza isst. Alter. Alter. Haben wir in DH. Was? Da ist einfach Selidan. Der war echt schon. Ja. Der kreative Name. Oh Gott. Ich hab K. Auf K. Auf K. Na voll hell. Na wo willst du hin? Hab ich bekommen. E. Back. Sie. Hast du dir jetzt schon seine Achievements gefunden? Nee ich hab den noch nicht gesehen. Von her gepoltet worden? Ja. Oh. Oh hier. Ja. Sind die alle jetzt vor? Oh. Oh mein Heidpack genau. Da hat er. Hat er. noch einmal seinen scheiß Heilding spammen, wenn ihm nur einen Balken fährt, ich würde mich ein bisschen aus. Nice. Das war auch schön. Ja, und da fällt er runter, was für ein Huck und so. Das wird ja lustig, wenn ich sterbe. Der Mann sorgt dafür, dass ich nicht sterbe. Ja, ja, da war Bidu. Alter, ich muss jetzt selber gucken, dass ich nicht sterbe. Wir haben Polias, der kennt die Tankfähigkeiten. Ich weiß auch nicht genau, wie hundertprozentig... Der Roadhog ist hinter uns, vor sich. Ja, aber Craft lässt sich ja nur durchziehen. Ah, das stimmt natürlich. Ja, da wurde ich von der Bidu... Was denn für den Boss überhaupt? Nee, bei Ursock. Das ist der Antige, wo ich Angst habe, als Tank. Ja, stimmt. Aber du, da am meisten... Aber da... Ja, Lieber ist auch unter, nice. Sehr schön. Ey, nein, Widow. Lutte. Äh, Craft. Eine kurze Frage. Doch, mann. Verhalt nicht. Wasted Ulti. Aber okay. Oh, du bleibst da drin, Bruder. Sporten ist echt ganz witzig. Vor allem, wenn man auf einmal in einer Roadhog-Ult steht. Was? Was hat mich denn jetzt instant... Wie hat die mich denn gekillt? Ja, das frei ich mich auch. Hex. Was? Ja, komm von da hinten. Das war nicht mal ein Headshot. Die hat 98% meines Slice gefickt. Was ist mit der dummen Fotze? Pfff. Und dann ist auch noch ein Anti-Mage, Mann. Was los mit der? Ja. Sollen wir jetzt zurück in den Dota spielen? Holy fuck. Ja, das war mein Bad. Ich kann hier überhaupt nicht ritten, Junge. Schon reingelaufen, oder was du, Mann? Ja, Jo. Ja. Muss auch nicht mal rein. Junkle schaffts auch so. Junkle OP. Junkle ist einfach nur ein Dreck. Ja, natürlich steht jetzt direkt der Roadhog vor mir. Alter. Was ist mit dem und dem Timing, ey? Ja, der Junkle muss irgendwie nicht nachladen. Er ballert einfach permanent. Keine Ahnung. Du hast keine Chance, so noch Prozent zu dodgen. Oh, jetzt aber. Farrah Mercy kommt OP. Komm nur nicht um ne Ecke, ohne instant zu verrekten. Ja, so ungefähr. Ne Reaper hier vor. Ja, haben die mich denn entdeckt? Oh, obwohl der ist bereits AFK angezeigt. Nice. Nein. Was denn das für ne Reaper hier? Sehr nice. Kein Kampf Reaper. Holy fuck. Ihr tot. Oh Gott. Ich glaub, wenn Reaper ne Pharah tötet, dann macht die Pharah was für dich. Ich bin sicher, wenn ich wieder da bin. Vorsicht Reaper hinter uns. Jo. Äh, schon mal rein. Holy fuck auch hinter uns. Warum hab ich denn jetzt leaden? Was? Wie hat mich denn der Reaper bitte... Der ist durch meine Ulti gelaufen, hat es einfach ignoriert. Äh, wo hol ihr es? Ja. Komm hier nicht um die Ecke. Bei... Komm hier nicht um die Ecke. Reicht's einfach, wenn wir mit DBM abspotten, ne? Äh, ne. Der Dusi hat seine Ult raus. Okay. Das heißt, weil wir... Das ist doch irgendwie mit dem Überwältigen, muss man doch in HC da übrigens auffassen, dass ihm das da... Äh, ne. Äh, das glaub ich jetzt nicht, Herr Reaper. Ja, überwältigen heißt er. Diese Schild da. Und... Währenddessen kommt... Ja, ficken ey. Äh, ja, die Blutung halt. Ja, die Blutung. Die Blutung spottet der... Äh... Nicht der aktive Tank, der andere Tank ab. Ja. Der aktive Tank holt sich das zurück. Und... Bis die Blutung ausgelaufen ist, dann nimmt der andere Tank wieder, oder? Beim zweiten Mal... Spottet der andere das wieder ab. Der aktive Tank nimmt den Boss wieder. Und wenn dann die Blutung ausgelaufen ist, also nach dem zweiten Mal, wenn die Blutung dann ausgelaufen ist, übernimmt dann der... Okay. Ja, natürlich stirbt die nicht, die dumme Fotze. Ach du Schande. Ja, das klappt schon. Yes. Das schaffen wir schon. Seid ihr schon drinnen? Naja, also ich noch nicht. Ich schon, ja. Man. Und von hinten. Ja, ich wollte dich nochmal... Mal sehen, ob jemand da ist. Ey. Da lief's grad. Ja, ich hab's da geholt. Und da hat der Lucio schon wieder seine Ulti. Wie Mahil, ne? Ey, was ist denn mit ihm? Fickt keiner drauf. Der Mann, komm mal raus. Okay. Wie kann ich grad nicht? Pfff. Oh, wir haben wenig Heiler, ne? Kann das sein? Naja, der sucht noch. Kannst auch auf Heiler-Speckeln. Ja. 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 Keine Ahnung. Die Blutung ist ja ein Cast, ne? Damand? Ja. Ja. Okay, du fängst an zu tanken und dann spotte ich zweimal bei dem Cast ab. Okay, ja gut. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich die... Äh, wenn ich... Die... Wir müssen jetzt übrigens raus. Ich hab meine Ulti. Wenn ich die Akku halten kann. Ja, komm. Ja, ich mach halt nichts. Wartet noch eine Sekunde, dann bin ich auch da. Am letzten Push. Dann arbeiten wir mit dem Spur. Haben keine Sekunde mehr? Doch, eigentlich schon. Jetzt? Wann? Okay, jetzt ist sowieso einer tot. Jetzt ist egal. Lucio hat seine Ulti schon wieder raus. Was ist mit ihm? Ich hab mich schon einen zweiten Heiler. Was ist der zweite für ein Heiler? Geht doch. Das wird bei mir auch als anderen angezeigt. Ich will nochmal... Auch einen Monk, auch einen Monk. Ah, noch einen Monk. Sehe ich das mal, da hat sich gelaunt. Ah, die kommen wir schon nochmal, oder? Ja, ich glaub nicht, dass die es schaffen. Wir haben einen Best schon genommen. Nice. Ist Monk immer noch so ein guter Tank-Heal? Oder hat sich das erinnert? Ne, ist immer noch guter Tank-Heal. Der fickt mich noch, ich fass es nicht. Aber dafür hab ich ihn auch gefickt. Yeah, 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 yeah. Das kam jetzt gleich komisch rüber. Nee. Das war dann ein Taito Ultimon. Mhm. Hm? Ich wollte reichlich links gehalten. Hallo, das ist nicht so eine Ult wie... Ja, keine Ahnung. Ja, eigentlich alles, ne? Ja. Heil-Aura echt schon. Lucius mit einer der besten Chance. Ja. Aber Mercy und Anna reichen erstmal. Das ist scheiße, warum heißt die Anna? Meine Ex heißt Anna. Sich immer daran zu erinnern. Ja, ist echt so. Naja, aber wir haben ja noch Kontakt und sind ja inzwischen wieder befreundet. Ja, was war's? Oh komm, lass uns Freunde bleiben. Meine Ex und ich. Echt? Ja. Weil ich meinen Ex-Freund sehe, stech ich ihn ab. Ja, mach mal. Ich war ja jetzt im Oktober, war ich ja wieder in Berlin gewesen. Und da habe ich mich auch mit ihr getroffen, weil ich kenne sie ja durch den Kollegen, mit denen ich mich da getroffen habe. Äh, wieso bin ich Sombra? Die hab ich überhaupt nicht genommen. Mystery! Oh Gott. Mystery! Ähm. Meine Ex ist glaube ich jetzt ein Lesbe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das war sehr komisch. Oh, guck mal. Wegen dir. Wegen dir. Wie ist es eine Exotrap? Hä? Wie ist es Trapped Exo? Ach, die gibt's ja gar nicht. Lol. Lol. Ich hab keine Ahnung wie, ähm, hier funktioniert, ne? Es macht nichts. Ja, ich bin eh down. Ja. Beim WC musste man aber noch zum Lehrer gehen, oder? Ja. Ja. Musstest du bis Wattelka, glaube ich, sogar. Oh, Sigiata. Sigiata ist okay. Da steht ein Roadhog drin und hocken uns anlauernd raus, wenn wir vorbeilaufen, ne? Ja. Ich war da drin und habe ihn aufgehalten. Ich wollte es nur gesagt haben. Ach, wegen Affe, Alter. Dann hat er mich leider getötet. Aber jetzt bin ich auch ein Roadhog. Ich bin gefick. Ich bin gefick, Alter. Hallo. Angriff ist aber auch scheiße. Mit müssen wir verteidigen müssen schlagen. Ich hasse Hanamura sowieso. Ja, das ist wahr. Das hieß was rein. Ja, Hanamura, Anubis und Voskaya ist Defense immer einfacher. Voskaya? Besonders wenn, also wenn du ein Random Team hast, dann auf jeden Fall. Voskaya geht eigentlich. Ja, Voskaya ist genauso schlimm. Aber die anderen sind schlimmer. Da war der Affe. Rush B, Rush B. Wah. Ich bin schon Level 2, ja, Alter. Schön. Hast du ein Privatserver am Laufen oder was? Ja. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Oh, da kommt der Mei. Da kommt der Mei. Ich wollte mir mal WC angucken. Mei down. Sehr gut, Leute. Nice. Aua, aua, aua. Burning Crusade war verdammt hart. Nein! Was mache ich denn da? Ich habe mich verklickt. Was habe ich denn gemacht? Oh, mit Umschalttaste. Ja, aber ich hatte auf Classic keinen Bock an VRTK. Wer braucht Heilung? Ich habe Burning Crusade ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um auf Max-Level zu kommen. Und ich habe sehr, sehr viel gezockt. Oh, bin ich da jetzt lang gelaufen? Ich habe einen Geschwarztrap angefangen. Geschwarztrap. War ja easy, Alter. Ah. Wahrscheinlich spiele ich jetzt auf dem Privatserver, um wirklich auf Max-Level zu kommen. Was? Wenn du rain willst? Als ob ich auf einem Privatserver rain will. Ich will mir das einfach mal angucken. Reicht mir. Abulch. Nein, ich schlafe. Nein, tust du nicht. Ey. Ha. Dachte, die kommen zu weg. Aua. Wow. Wir haben viele Geschweine. Was? Ups. Scheiße, wollte ich überhaupt auf den Helm. Oh. Ja, ich weiß. Ähm. Mag jemand den Bastion da oben weghauen? Nee. Oh, Vorsicht. Hier sind Turrets. Oh, ich bin tot. Okay, ich hab hier... Ne, ich mach keine Schilder mehr. Interessant. Nee, die spielt jetzt anders. Ne, ich bin halt so ein Allektisch doch fett. Ja, sie macht das jetzt okay. Leute, oben in dem Gang steht nen... Bastion. Okay. Ich hab ein paar Anlagen gekriegt. Wer ist schon da oben? Oh, das ist nicht nett. Alter, was ist mit dem Babo los? Das hat jetzt grad so Spaß gemacht mit Zenny. Wer ist denn Zenny? Zenyatta. Alles klar. Oh, ich bin Messi! Ich bin Soldier, okay. Oh, ich bin May. Hoffentlich stürzt meine Dings nicht ab, wenn ich... ...den Gemaß, also Solo. Da war echt hoch gewesen. Ne? Nein! Da tötet mich einfach die Sombra, die blöde Kuh. Hier, Level 3. Level 3? Was spielst du? Geht's hin? Achso. Achso. Sind das auch Blizzard, äh... Blizzlike IP? Ich weiß nicht, ich hab nicht so genau... Oh Gott! Oh Gott! Tracer! Ja, komm, fick dich, man! Ja, doch steht Blizzlike. 3.4.3 Jetzt bin ich Anna Popena. Anna Popena Popena. Pepper! Pepper Popena Popena. Wir werden das ja wohl noch hinkriegen, da reinzukommen in den nächsten 5 Minuten. Ja, sicher. Ich bin Zarya, jetzt geht's richtig rund. Mein Ruf kaputt geht nicht da, Anna. Boah, mein Ruf kaputt geht nicht da, Anna. Äh... Oh, ich bin tot. Aber ich bin jetzt Zarya. Boah, ich bin tot. Ey, hier gibt's ja Waffenfertigkeiten. Was zum Fehl? Ja. Alles klar. Wer ist diese Waffenfertigkeit? Das war vor unserer Zeit, Chef. Ja. Ich freue mich, wenn wir WP gespielt haben. Ich hab zu MOP angefangen, Alter. Ich hab zu, äh, Mitte BRF angefangen zu leveln. Ich hab zu Ulduar-Zeiten angefangen. Zwei AFZ habe ich da einen krassen neuen Kaderate gemacht, Digger. Frasslos. Ich hab zu Zarya angefangen. Nice. Da öffnen sich gar nicht alle Taschen, wenn ich B drücke. Ich zieh eine neue Position Ah, fuck it Fuck it Wir werden's, fuck it Die Mei-Ult war großartig gesetzt, sonst muss man einfach zugeben Wir müssen auch die Mei oder Mercy drauf Ich bin tot Ich komme jetzt Ich war auf diesem Torbogen Dann war ich tot Ah, der Ruinenlehrer Oh Gott, den kann ich doch auch nicht Jetzt rein mit, alter Mann Ich bin tot Gibt's hier nur eine Aktionsleiste, oder fuck? Nein, du musst die einstellen Okay Unter Interface Ja, wo hab's gefunden? Ich glaube, das sah ich das Boah Ich bin so gut mit Zenyatta Ich will den wieder spielen Okay, Lucius Äh, alle tot, oder? Nicht reingehen Liquid-Dorner-Junge bringt sich erstmal um So, bleibt vor der Base stehen Das ist nicht so der Geist, die ich hofft Dann bleibt zum Attacken Oh Ernsthaft? Wirklich? Das ist doch das Ich lass dich lassen Nein Ich ging in der Ecke fest Ich ging in der Ecke fest Die Diva, bleibt Die Diva Okay Oh, schon wieder Sinitra Sinitra Ja, Sinitra Was? Warum sind die nicht gestunnt gewesen, verdammt? Das Rolltier reingehauen Im schwulen Eisblock, Alter Na, die sind jetzt wieder da, das kriegen wir nicht mehr hin Doch, kriegen wir Kriegen wir nicht mehr hin Haha Ich hab die Mail So, jetzt kommt der kleine Schmied Ja, komm, ey Da haben sie da an Torbjörn stehen Kann doch nicht sein, dass sie exakt das Richtige picken, jedes Mal Krass, oder? Dann nicht Ach, kommt schon, das haben wir Wann hab ich's an? Fuck Da ist doch keiner mehr übrig von denen Nimm den Punkt ein Geht auf den Punkt einfach Nice Nice Belohnung erhalten Winterlootbox Ich hab ne Normallootbox Krass, hätte ich aber nicht gedacht, dass wir das noch schaffen Ich eigentlich auch nicht Aber das hat Liquid Donner, Junge, hat es halt gemacht Und jetzt schritt gleich dein Game ein Ja Ach Da siehst du mich, Junge, da oben Ich hab nicht durchgechargen Ich hab gesagt, die Ulti von der Maze ist gut gesetzt Ja, und mein Spiel ist aus, sie hat die linke Maustasse gedrückt Unglaublich Alter Echt? Ja Selbst im Highlight ist das so Das kotzt mich richtig an Ich hab den Und jetzt Wir haben den den